Hallo Leute, Willkommen auf Markenes Plays! Spyro und die Astrologie. Wir gehen jetzt gleich in dieses Fluglevel. Wir haben jetzt mal dieses Dino-Level da gemacht. Und hier könnte man da hingeleiten? Ja, das machen wir aber nicht. Wir machen jetzt die Artenstrecke. Ohne Wenn und Aber. Nehmen wir auch hier mal einen Kaffee. Aber wir brauchen ja theoretisch alle unsere Diamanten wieder. Und so öffnet sich das Tor nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen... Zuerst hat der Trend. So, wir haben schon einige Rennen gemacht. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Wir haben jetzt mal einen PC, einen Abflug gemacht. Oh, wir können da rumlachen. Also, da hätten wir noch einen Speed und einen Schusszeiger. Okay. Okay. Z-Lab ist ein bisschen schwer. Mach mal nochmal. Wir müssen das schaffen. Das Gute ist, wir brauchen ja hier nicht noch extra Missionen nachversuchen. Denn wir wissen ja, Jäger ist ja gefangen. Somit bringt das ja alles nichts. Oh, shit. War nicht besonders gut. bis sich du wenn ich in der zweiten runde ich habe ja wieder nicht getroffen wegen diesem rucklein ab und zu wer sie sieht okay das ist eine etwas schwerere map auf jeden fall not so easy not so easy warum ist das wasser eigentlich instant aus ist das der hanty fisch vorteil oder was okay also das rote kann ich verzichten das bringt nichts es will jetzt nichts in der runde alter hat es schwer kann ich denn die ich mach das mal aus jetzt gar nichts sie kennen die steuerung diese dinger ich habe das noch mal gefunden also ich darf noch mal neu ich war nun einfach so zu gewinnen läuft schon irgendwann eines tages wird schon was und die schild also ich muss auf jeden fall ein wenig ist eine schwere wenn ich da unten dann geht treff ich nicht diesen ring muss ja alle ringe treffen non stop wir werden mal lange dran sitzen ja gut das erste war ja auch jetzt habe ich nicht einfach in erinnerung weil das zweite war ja einfach hallo will ich tüten ein buch übung leute ein 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 Oh Gott. Also ich habe jetzt mit W hoch und S, also S ist halt hoch und W vertauscht, ja? Aber ich habe jetzt so voll nach oben gedrückt, das bringt nichts. Also wie krass muss denn da bitte meine Steuerung sein? Das war's, das ist ein bisschen Betrug. Nee, das schaffe ich nicht. Der zweite Hügel, der ist sehr, sehr schwer. Der zweite Hügel, der ist sehr, sehr schwer. Der zweite Hügel, der ist sehr, sehr schwer. Ja genau, das ist ein Weg, du Krähe, Möwe. Der zweite Hügel, der ist sehr, 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 sehr. so treffe ich das nicht okay gute sache dritter somit haben auf jeden fall eine chance nur kein risiko eingehen niklas letzte runde dieses spiel war eine kugel und schon ist alles aus wer denkt sich denn so eine kacke aus ich meine ich hasse diese fluglebe ist hier dass das ist der inbegriff von 8 oder getroffen was bei uns schon jetzt baden Oh, wir haben wieder getroffen. Ja, du Vogelfieh. Alter, mit dem Roten, das schafft man diese Kurve nicht. Unmöglich. Geschweige für mich jetzt gerade unmöglich. Scheiße, auf diesen blauen Stern jetzt. Das haben wir jetzt geschafft, dafür. Okay, und den sollte ich besser sein lassen. Okay, Mario Kart, ey. Ja, obwohl, jetzt läuft es sehr gut. Jetzt will ich nicht verkracken, jetzt läuft es zu gut. Mal nochmal so eine Runde, dann ist es cool. Oh, wir kämpfen uns auf den dritten Platz. Zweiten. Also, wenn das mal nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Vielleicht noch mit dem Feuerspiel dafür. Heilige Scheiße, ich bin ja schon auf dem Whisky-Mode hier, ne? Mal noch den einen hier einholen. Dann ist alles cool. Natürlich trifft das jetzt nicht. Okay. Okay. Mal noch den paar Euro. Okay. Danke. Du bist da group.